Mein Hintern brennt, ey. Ich schwör's dir. Oh, wir sind auf Sendung. Hallo, ich bin der Andi von Andis Kinoblog. Ich bin der Ali von Blu-Ray-Neuheiten. Und ich bin immer noch Band von Fairmojami. Wir haben natürlich heute ein schönes Video gedreht und dazu gibt's natürlich einige Pleiten, Pech und Fallen. Ich glaub wir mussten so oft neu drehen, weil wir uns so köstlich amüsiert haben und das Video wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und das müssen wir euch zeigen, oder? Sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video reinzieht, dann werden die Lachmuskeln explodieren. Das wird neue Dimensionen annehmen. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ja. Oder auch nicht. Wer weiß. Naja, wir werden das sehen. In diesem Sinne ab in die Rinne. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Outtakes. Haut ein. Und viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Moin Leute, ich bin's Ali vom Kanal Blu-Ray-Neuheiten. Hi, und ich bin Ben von Crambo Germany. Wir sind hier in Koblenz an der... Scheiße. Du Wichser, Alter. Du hast gelacht, Alter. Ach, bitte. Nebelang und im Frieden. Boah... Oh mein... Verpiss dich! Boah! Moin Leute und Herzlich Willkommen zum... Wieso sag ich Herzlich Willkommen? Das verfickten Flussvergessen, Scheiße, Mann! Ich muss mich darauf vorstellen. Und zu meinen Ränden... Sorry. Ich muss jetzt auch nur lachen bei... Was ist los?